der Rallye Part und einige Leute haben ja schon gefragt warum es immer so kurz ist warum sind die letzten Parts so kurz und alle nur 5 Minuten Leute ich will keine Videos über 10 Minuten machen weil ich hier nichts verdienen wir sozusagen und ihr einfach nur Nachmittag um 12 oder 13 weiß ich nicht was ihr macht wenn ihr damals kurz Zeit habt dass ihr da mal hinguckt und sagt das gucken wir jetzt an wir waren glaube ich bei der Clubman-Meisterschaft und waren bei dem bei der zweiten ja Folge kann man das ok muss ich nochmal ändern nachher warte ich wechs nochmal kurz dann mit Schuhla achso ja äh Roy ich zock jetzt kurz ich zock jetzt kurz ein bisschen Rallye Rallye Cross 4 3 2 1 "...forsich tired!" ich schei's Und links 5 In rechts 4 halb lang In rechts 3 In links 6 Kuppe Und links 5, Kuppe macht auf, Kuppe macht zu Rechts 4, nicht schneiden 100 Links 1 lange Kuppe In rechts 3 lang In rechts 1 In links 6 über 80 Kleine Kuppe In rechts 6 lang In links 6 lang über Welle Kuppe 80 Daher eh immer nur in den Rechts 5 halb lang Und links 4, 60 Rechts halb lang über Kuppe Links 1 über 100 Gerade ist mit Boxer, Boxer ist dauer nicht In rechts 6 Links halten über Kuppe In rechts 6 über Kuppe vielleicht Sprung 80 Links 6 In rechts 5 macht zu bis 2 In links 5 über 80 Achtung, verengt sich 60 Kuppe Ja Ja, übertragen ist manchmal erst von 8 Rechts 6 lang über Kuppe vielleicht Sprung 80 Und dann steht da übertragen wurde abgelaufen Rechts 5 über Kuppe vielleicht Sprung nicht schneiden 60 verengt sich Links 5 halb lang 60 Rechts 5 halb lang Mach zu bis 3 Lang nicht schneiden 80 Links 6 Links 6 Ja, ich lade jetzt auch GTA runter ein Wenn GTA runter ein Dann wird es auf jeden Fall mehr GTA Screams geben Und weniger Und rechts 5 Link 6 Links 6 Rechts 6 In Achtung, links 5 lang nicht schneiden Mit halb über Kuppe 50 In Achtung, links 5 lang nicht schneiden Mit halb über Kuppe 50 60 Rechts 6 halb lang Links 6, 80 Links halten über Kuppe Rechts 6 halb lang Links 5 halb lang nicht schneiden 250 Im live stream GTA ist natürlich Hab auch gestern irgendwie bei Sint-Easy geguckt oder die bei einer Leichenstelle wie ich weil ich echt viel fand Lange über Kuppe 100 Aber er hat halt bei ihm war der Unterschied das er Und links fünf macht zu bis drei, nicht schneiden, hunderten. Live. Das ist schon heftig, Alter. Fand ich krass. Achtung, rechts fünf lang verengt sich, nicht schneiden. Nee, der hat 400.000, der hat. 200.000 Abonnenten. Und rechts fünf Gruppe. Das ist ja, das heißt Frank Sirius. Und Frank Sirius heißt er auch, der erste Typ, wo ich den Igel betöten muss, der Papa. Ziemlich lustig. Und er zeigt bei den Igel, also Frank Sirius kannst du gerne mal suchen. Ist auf jeden Fall nice, da habe ich auch schon begrüßt und meinen Namen und so erwähnt. Ich dachte, dass ich deswegen vielleicht ein bisschen mehr Abos kriege. Aber es ist halt immer schwierig, da einfach bei anderen Abos abzusahmen. Man will ja auch dann nicht irgendwie ringschnitschen. In rechts fünf lang. In links fünf halb lang verengt sich. In rechts fünf 60. Ich versuche immer nur freundlich zu schreiben. In rechts sechs, über Welle 60. Links sechs. Rechts fünf halb lang, 80. Über zwei, keine Sprünge. Da setzt eine Million auf seinen Kopf aus. In Achtung, rechts vier nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. 130. Wie das geht? Ich kann es doch Kopfgeld machen. Links zwei macht zu, bis eins nicht schneiden, 80. So nichts. Rechts sechs, 120. Rechts sechs, 60. Rechts vier halb lang. In links fünf, 60. Kuppe. In rechts drei lang. In links zwei halb lang. Nicht schneiden. Rechts sechs lang, 80. Fuck. Fuck. Was ist denn ich denn ernst, Alter? Links sechs, 80. Über Kuppe. Vielleicht sprung. Ja, komm. Fick die Henne, Alter. Fick die scheiße Henne. Na? Ja, mein Problem ist, dass ich irgendwie die Scheinwerfer gerade kaputt gefahren habe und es ist dunkel und jetzt sehe ich halt die Strecke nicht mehr. Ich sehe nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist krass dafür, dass ich nicht sehe. Die erste ringt lange nicht. Ich sehe gar nichts. Ich muss auf jeden Fall nochmal einen Neustart machen. 4, 3, 2, 1, Vorsicht. 60 Kuppe, rechts sechs. Hast du schon den Geist gefunden, Magidia? Und links fünf. Die Olle auf dem Berg hat so einen nicht kommt. In links vier lang. Wenn du um 23 Uhr auf dem Berg stehst, dann erscheint da so eine Frau als Geist. In links sechs Kuppe. Und links fünf. Kuppe macht auf, Kuppe macht zu. Das war der höchste Berg, wo oben diese Kreuz ist und so. Und wenn du da stehst, wo ich die ganzen Fahrradfahrer habe, dann erscheint da so eine Frau. Genau, 23 Uhr. Ich musste mal auschecken. Das ist voll interessant. Ich bin auch nur zufällig hingekommen. In links sechs lang, über Welle, Kuppe 8. Ich habe versucht, die Zeit einzuweiten. Das klappt eh nicht. Du stürzt, dann sind sechs Stunden vorbei. Dann stürzt wir nochmal. So nochmal 60. Und links vier 60. Genau um 23 Uhr dahin zu fliegen, ist echt schwierig. Dann musst du dann wahrscheinlich einfach dich in Passivmodus machen und dann alleine hin. Die sind Checklist. Ich habe passou. Das ist voll geil. Der ist so geil. Links halten, über Kuppe. In rechts sechs über Kuppe vielleicht Sprung 80. In rechts sechs. In rechts fünf, mach zu bis zwei. Ist der Jet urversichert? Ich fahre rechts in den Baum, die Scheiß Tür trifft mich an der Fahrradtür, der Baum trifft mich an der Fahrradtür und meine Lampen gehen aus. 4, 3, 2, 1, Vorsicht, 60 Kuppe rechts 6. Und links 5, in rechts 4 halb lang, in links 4 lang, in rechts 3, in links 6 Kuppe, und links 5, Kuppe macht auf, Kuppe macht zu. Rechts 4, nicht schneiden, 100, links 1, lange Kuppe. In rechts 3 lang. In rechts 1. ich muss sagen, also PC-Torpe ist schon cool und so ich muss sagen, von Solo, so Playstation ist ja einfach viel entspannter so weil du musst halt ach komm, fick die hin, alter oh, ich werde das rennen überhaupt nicht hin rechts 5, halb lang lustig, ich habe gerade ja einen Stream gestartet, aber kein Livestream ich habe gerade schon wieder ein Abo verloren und links 4,60 rechts halten Sie über Puppe, links 1 über 100 ist er versichert in rechts 6, links halten über Puppe in rechts 6, über Puppe vielleicht Sprung, 80 links 6, in rechts 5, mach zu bis 2 in links 5, über 80 Achtung, verengt sich, 60, Puppe verengt sich, ja, habe ich gesehen, du Blöde oh, ne, komm aufgeben, wir geben auf die Stränge geben wir mal auf, erst mal, das war jetzt hier aufgeben überhaupt ausgeschieden aber ey, habe ich gar, ach so, ich bin komplett ausgeschieden oder so der Typ, der mich echt kaputt war oh, krass der versichert alles von mir zu stellen aber ich bin mir krass der reingegangen etwa aber jetzt geht es ja, ich warte auf jeden Fall erstmal wieder, liebe Leute, mit Dirt Valley vielleicht werden wir auch, glaube ich, nur noch die Meisterschaft zu Ende fahren und dann wartet, weil ich wurde rausgekickt aus dem Server oder was? ja, von anderen Spielen obwohl ich nicht geht nein, Pisa